Hallo, wir sind ReadTogether. Wir haben den Namen kurz noch geändert, kurzfristig. 2,9 Millionen Studenten, 1,3 Millionen Azubis, 11 Millionen Schüler in Deutschland. Und was machen die? Jedes Semester, zum Beispiel die Studenten, mit denen wir geredet haben, jedes Semester Klausuren pauken, Bücher lesen ohne Ende, wenn sie es denn überhaupt tun. Sie sollten es tun, sie wissen es. Und wir haben eine Lösung für diese Leute, die das machen oder machen sollten, mit unserer Plattform. So, jetzt will ich die kurz starten. Die haben wir gebaut. Sieht die Maus hier? Da. Genau. Also, was sehen wir hier? Wir sehen die Kurse, denen bin ich beigetreten. Ich kann Gruppen erstellen und hier mit Leuten zusammen eine Lektüre bearbeiten. Hier gehen wir jetzt alle Kapitel durch. Das bedeutet, ich nehme jetzt Kapitel 1 und 3 und ein paar andere müssen sich noch einstellen. Wir erstellen eine Gruppe, da unten haben wir sie gesehen. Compiler-Bauteil 2. Okay, alles klar. Also, ich muss nicht alles bearbeiten, denn hier sehen wir jetzt zum Beispiel Compiler-Bauteil 2. Andere haben schon Zusammenfassungen erstellt und die kann ich mir hier angucken, diskutieren. Und hier zum Beispiel haben wir jetzt eine Präsentation mit ein paar Videos drin. Die hat jemand erstellt. Super. Ich freue mich drüber. Ich muss also jetzt nicht das ganze Buch mehr lesen, sondern ich habe eine super knackige Zusammenfassung dazu gekriegt. So. Und hier noch diskutieren, paar Emojis zugeben. Klasse. Jetzt kann ich natürlich, ich bin dran, Kapitel Nummer 3. Ich muss es machen. Ich bereite also etwas vor und kann es auch entsprechend hochladen. Genau. Und natürlich möchte ich immer auf dem Laufenden halten bleiben. So. Punkt Nummer 2. Ich bin Student. Ich habe natürlich auch nicht so viel Geld. Und vor allem möchte ich auch nochmal manchmal feiern gehen. Und meistens ist die Zeit knapp. Wenn ich also jetzt dran bin und ich möchte etwas oder ich muss etwas bereitstellen, dann kann ich es auch kaufen. Wunderbar. Gleichzeitig, wenn ich schon welche gemacht habe, dann kann ich auch meine Zusammenfassung anderen verkaufen. Über diese Plattform. Und hier als Plattform knapsen wir uns natürlich einen kleinen Teil von ab. In meinem Profil, das bin ich hier beim Surfurlaub, habe jetzt schon 152 Euro über diese Plattform verdient. Mit meinen Zusammenfassungen. Genau. Und wir haben mit den Studenten gesprochen. Sie warten eigentlich nur noch daran, dass wir anfangen. Das war jetzt ein Sketch. Das war ein Prototyp, den wir gebastelt haben. Und wir sind bereit. Jetzt seid ihr dran.